Roy, Ryo, Klaut, Zufall. Oh, lo. Oh, mein Controller ist einfach ausgegangen, what the fuck. Das ist jetzt mit mir Tater, danke. Roy, Klaut, Zufall, Loll. Mein Controller ist ausgegangen. Okay, ich bin, äh, so, gut. Hallo, meine lieben Pibi- Hallo, meine lieben Pibi-Frode und willkommen zum neuen Smash-Part mit Paul- Mein Name ist Pikmin-Bros. Mein Name ist Pikmin-Paul. Also, Leute, bevor ihr jetzt noch 732.295.327 mal fragt, ob ihr gegen mich in Smash-Camp werdet, ich werde im nächsten Ankündigungsvideo bezüglich Wii U spielen, etc. hochladen, wo ich euch mal ein bisschen was aufkläre und so weiter. Also, nicht die ganze Zeit nachfragen. Ihr werdet demnächst mit mir Smash spielen können, ihr werdet mit mir Splatoon spielen können, ihr werdet mit mir Mario Kart 8 spielen können. Ihr werdet mit mir Mario Maker Level schicken können, und so weiter und so fort. Ihr werdet mit mir mal. Ja, genau, das ist da, da hat keiner gehört. Okay, gut. Gut, ähm. Hallo, Leute, heute zeige ich euch, wie man einen Mario Maker Code verschickt. Auf jeden Fall werden Paul und ich jetzt zwei Parts Smash aufnehmen, Besser Free, Kenia, Kenia, Pim und Freunde, Pim und Freunde. Komm und nimm Charakter, Mann. Ja. Ja. Gut. Ich nehme einfach Parsi. Parsi? Oh, shit. Mhm. Das ist nicht dein Ernst, oder? Jetzt die Frage, Lucario oder Pikachu? Es ist nicht Pikachu, es ist verdammtes dummes Huren, so Lucario, Mann. Ich werde zerstören, Mann, den werde ich zerstören. Pikachu. Danke auch, Lucario, Mann. Guck dir an, wie blau der ist da, die Brille ist blau. Oh, hast du dich eingespielt? Ich gar nicht. Ich auch nicht. Nee. Ich habe nur ein bisschen mit dem Sansak da. Ja, ich habe gar nichts gemacht, Alter. Oh, shit, Mann, der Sansak gibt mir einfach die Power. Get the power. Das lag so ein bisschen, ne? Ein bisschen, ne? Wegen deinem schlechten Internet einfach. Als ob, Mann. Sing dir. Nein, du hast einen Hyping. Ich nicht? Ernsthaft? Oh, lol. Ja, war ein Plan, Mann. Weil jetzt ist mein Plan gechargt. Ja, war gechargt, Alter. Pow! Komm noch. Komm noch. Pam. Pew. Pam. Pam, 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 pam. Alter, wir treffen uns gerade gar nicht, weil wir schon richtig retardet. Mein Plan, Alter. Das löst es halt. Warum? Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Stopp, stopp, stopp. Wir sind gerade zwar nicht alle. Okay, ich habe nicht getroffen. Oh, 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 oh. Ich bin zu... Wow, wow. Divo. Ja. Wow. Ah, das war voll gemein, Alter. Nein, Mann. Oh. Oh, Mann. Warte, kann ich dir den Wort zurückschicken? Mach mal schnell, Donner. Ja. Gut. Ja, gut. Hat geklappt. Ja, jetzt mach ich den noch kaputt. Pam, pam, pam. Als ob man hier... Power, get the power. Oh. Oh. Oh nein, nein, nein. Das wollte ich gar nicht. Oh, leil. Nein. Nein, ich fand das nicht so gut. Tatsächlich kann ich das auf dem 3DS sogar besser als auf der Wii U. Kutschuuu. Oh, leil. Hilf mir nicht. Oh, leil. Als ob... Oh. Oh. Oh, Piriöse. Oh, oh. Kutschuuu. War geplant, Mann. War geplant. Um Spanner zu machen. Ja. Oh. Okay, nice, Alter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, leil. Oh, komm, 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 pick, pam. Mm. Oh, mm. Oh, leil. Ruhechen. Als ob dein Schild funktioniert nicht, das hast du gerade eben gesehen. Wieso hast du dein Schild gemacht? Hallo. Na, ich gebe nochmal an... Oh, ja. Oh, nein. Nein, 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 nein. Was schaffe ich noch? Was schaffe ich noch, Alter? Das verliere ich nicht. Das verliere ich nicht, auf keinen Fall. PIKACHU! Das finde ich nicht. Auf keinen Fall, Mann! Auf keinen Fall! Oh, ich hab verloren. Hoppla. Hoopa doch! Hoopa! Hoopa! Komm her, Mann! Halt mich zurück! Halt mich zurück, Mann! Halt mich zurück! Komm, Pikachu! Okay, ja, war gut. Wen spiele ich jetzt? Ja, das denke ich mir gerade aus. Question. Alter, ich weiß wen ich spiele, Mann. Alter, du nimmst eh die Bewohnerin. Alter, ich weiß wen ich spiele, Mann. Wen nehme ich? Links und dann rechts. Den nimmst du jetzt. Jetzt einen nach rechts? Nein, einen nach links und dann wieder nach rechts. Und den nimmst du. Okay? Okay? Alter, ist das ein Mesh-Reiter oder was? Ja, nein. Junge, so hoch bist du noch nie gekommen. Das ist, wenn ich so Luft ganz schnell in meinen Hals reinziehe. Ja, das krieg ich nicht mehr hin. Es ist Zeit für eine Fake-Faust. Es ist Zeit für eine Fake-Faust. Es ist Zeit für eine Suizide machen. Alter, eine Suizide? Oh, sch... Oh, leulein, steht das fast kaputt. Oh, war nur ein Test, Mann. War nur ein Test! Pam! Pam! Oh! Ah! Oh, nein! Oh, f**k, falsche Richtung. Kann ich das nochmal machen, bitte? Oh, leulein, als ob er damit trifft. Oh, leulein! Oh, leulein! Oh, man, nee! Pam! 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 Pam, pam! Pam, pam! Oh! Ja, war nur ein Test, weil jetzt kann ich den Schaden noch... Pew! 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 Uh! Oh! 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 Oh, leulein! Oh, leulein! Als ob das geht! Der hat einfach eine Krone an! Pew! Krone ist halt echt... Oh! 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 Ey, dann guck dir mal an, wie der sich bewegt! Oh! 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 Das ist nicht mehr realistisch, Mann! Pam! Oh! F**kfass! Gut! Hast du gerade mal eine Krone angeforst, Mann? Oh! Hallo, ich wollte gerade mit dir anlegen! Ja, komm ran, Junge! Hast du gerade mal eine Krone angeforst, Mann? Hast du mal eine Krone angeforst, Mann? Hast du mal eine Krone angeforst? Ich hab nicht was gefunden! Nein, 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 nein! Tja! Tschüss, Mann! Tschüss! Tja! Tja! PAM! Oh! 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 Oh loil! Als ob... Hä? Das ist einfach getimend, Mann! Oh! Alter, ich bin so schlecht gegen niemanden. Das ist voll kacke. Alter, der ist einfach Octopowl. Guck. Der ist schon cool. Sieger ist Octopowl. Octopowl. Egal, aber jetzt. Der Kampf jetzt entscheidet alles. Bester Freak. Okay. Alles klar. Okay. Egal. Das ist halt easy, man. Weil ich hab einfach... Ach, Mann. Ich muss gar nicht mehr spielen. Ich kann mich jetzt zurücklehnen, ja? Ich kann mich zurücklehnen und gewinnen. Nein, der Kampf jetzt entscheidet alles. Einfach. Ich gewinn einfach, Mann. Der Kampf jetzt gibt drei Punkte. Okay. Die zwei davor, 17. Nein, die geben nur zwei. Ja, dann hab ich vier Punkte, Mann. Nein! Einer gibt einen, meine ich damit, Mann! Meine Pigmentfreunde, Alter! Ich kann mich zurücklehnen, Mann! Pigmentfreude! Guck, die gehen ja in die Boobies. Richtige Hentai-Dudes. Ja. Meine Pigmentfreunde. Das ist halt einfach so... Schon ein bisschen pervers. Guck, kann man. Boobies. Da sind die Boobies, Mann! Da sind die Boobies! Die Pigmentfreunde, Mann! Ah! Oh! Bam! Bam! Oh, da hab ich von einem getötet, Mann! Oh, Fetty! Alter, Fetty! It's Fetty-Time! Fetty! Du schaffst es! Fetty! Oh! Oh! Ja, okay, Mann! Der war gerade bei Meckes! Oh, nein! Fetty! Oh! Fetty, lau! Nein, warte! Fetty, komm her! Du bist mein einziger! Pigmentfreund! Oh! Fetty! Okay, gut! Jetzt lass dich ein bisschen entspannen. Oh! 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 Ich war immer so leise und dann Fetty so, Pam Paul, ich enttäusch dich nicht, ich bin dein Pikmin-Freund. Okay, jetzt mal ein bisschen Serious Shit hier, meine Freunde. Pam. Einfach von runter gekickt. Also auch so, ich hab Fetty voll ins Gesicht gekickt und er so, Kante. Oh, guck, Fetty, er hat alles getötet, außer Fetty, man. Alles, denkt er. Das ist mein Junge, Alter. Ja, nein, das ist mein Junge. Du hast nicht mal die Macht, Fetty zu kontrollieren, Alter. Alter, Fetty, ich hab grad voll geborst, man. Verpisst euch. Jo, der tötet wirklich alles, außer Fetty. Okay, Fetty, deine Chance. Spaß, Mann, bist du fett. Oh, Fetty. Nein, Fetty, lauf. Holy shit, Alter. Das war schon knapp, Fetty. Aber er ist halt so weit gekommen. Ja. Baba. Nein, Fetty, 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 lauf. Ich hab einfach so Angst, dass Fetty stirbt, ne? Der lebt schon so lang. Oh, Fetty, rette mich. Jetzt. Das war knapp, mein Freund, knapp. Oh, Fetty. Nein, war das Fetty? Ich weiß es nicht. Aber Fetty, egal, er war dabei. Egal, Mann. Das kommt nicht drauf an. Gar, was war, Fetty war dabei. Fetty! Oh, einfach abgefangen. Woh, ich hab grad Fetty angreif, Mann. Da kommt sein Kumpel, Fetty. Oh, mein Kopf. Warte mal, ich will, ich will drei Fettmins. Oh, nein. Das war knapp. Mit dem Laun gerade stirbt, Mann. Du gehörst nicht zur Squad. Mann, so krieg ich nie drei Fettmins. Fettmins. Verpiss dich. Oh, leil, als ob der nicht getroffen hat. Junge, ich konzentriere mich grad einfach voll die drei Fettis zu bekommen. Ich heiß. Und das wäre die einzige Chance, gerade zu gewinnen. Lass mein Tor, Mann, lass mein Tor. Los, Fetty. Sie wollen nicht, dass euer Vater Fettbusch kommt, Mann. Nein! Wie konntest du nur zwei auf einmal? Wow, da kam er einfach grad schon so Fettbusch hier. Ich hab grad meine Kinder getötet, Mann. Meine Kinder! Das geht, Rache, Mann. Das Pikmin Fett Solo Run. Das Pikmin Solo Run. Ja. Fetty Solo Run. Ah. Oh. Bam. Vor allem redest du einfach die ganze Zeit nicht. Du konzentrierst dich, Mann. Das ist unfair. Das ist unfair, Mann. Ich bin grad richtig im Konzentration Mode, Alter. Aber trotzdem verlierst du. Ich weiß, ich kann sie das jetzt anders nicht, Mann. Ja. Ich dachte mir, das ist auch für die Zuschauer halt. Das ist halt sowieso. Hallo. Alf ist schon genug für die Zuschauer, Mann. Fan Service. Alf Service. Oh, Mann. Fetty. Lass dich nicht töten, Mann. Nur wir zwei. Oder ist da noch jemand? Nee, nur wir zwei. Nein. Ich schaff das mit Fetty, Mann. Ich schaff das mit Fetty. Okay, okay. Nein, nein. Fetty kriegt mich nicht, Alter. Oh, nein. Holy shit, holy shit. Fetty! Ja! Okay, ich hab grad ein bisschen übersteuert. Ich hab die ganze Zeit übersteuert. Mann, ich bin scheiße in Smash, aber es macht Spaß. Guck, dass Fetty liegt einfach... Ich weiß nicht, ob wir die gleiche Animationen haben, aber gerade... Fetty liegt auf Alf. Fetty, so ich hab's geschafft, Alf. Willi, machst du... Du bist stolz gemacht, Paul. Stolz! Okay, guys. Das war's hier mit dem ersten Part. Wir sehen uns dann. Bei nächstem Mal, wenn es euch gefällt, dass du positiv währst. Ich schaff hier bei Paul. Fetty! Finde ich gut.